Ja, ich muss mal was essen. Ich kann ja nichts essen hier. Lass mich doch mal in Ruhe. So, schnell essen. Ich feilte jetzt ein bisschen mit dem. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Wo ist der wegen Latte-Captain? Oh, der würde mich gar nicht angreifen. Aber ich dich! Der ist überall. Das ist voll der Typ. Der ist richtig ranzig. So, der ist gleich tot. Der ist auch gleich tot, ja. Nur, wer ist denn der Boss hier? Wer ist denn der Boss? Wer ist der Boss? Wo 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 ist der Boss? Hallo Leute! Herzlich willkommen! Mein Kampf ist hier. Das haben wir jetzt halt klar. Und mit Tanda. So. Eine beendete Begrüßung. Hallöchen Leute. Hauptsache wen? Oh, es ist einer drauf. Wer mag das? Das bin ich! Ja, ich weiß! Wer sich jedes Jahr freut. Oh, da ist jemand! Da ist jemand! Ja, ich meine das auch jedes Mal immer ernst. Tod. Ja, weiß ich. Das ist eine Xperia Perle. Oh, da ist auch noch eine! Was ist denn hier passiert, ey? Wieso muss es eigentlich immer dunkel sein, wenn wir draufstehen? Weiß ich auch nicht. Wir haben echt voll die Arschkarte. Was ist das für ein Arsch? So, wollen wir wieder Richtung Westen? Ja, mir ist egal. Also fliegt mal einfach vor. Genau. Also wir müssen mal sagen, was wir jetzt vorhaben. Wir machen jetzt hier eine ganz lange, wunderbare Aufnahmesession. Wo wir auf jeden Fall viel erkunden wollen. Wollen. Natürlich auch viel einsammeln wollen. Und mein Chocobo stockt in der Luft, weil der Server so leckt. Ja, weil wir einfach in unserem Chocobo gerade ganz neue Welten erkunden. Ja, genau. Das ist der Plan und wahrscheinlich sterben wir schon in der zweiten Folge. Das wäre ziemlich behindert. Aber wir können uns ja gegenseitig wiederbeleben. Genau. Wo müssen wir den Grabstein nochmal hinbringen? Irgendwie zum Friedhof oder sowas. Scheiße. Aber wir haben keinen Friedhof. Ne, haben wir auch nicht. Wir können jetzt selber eine neue Stadt jetzt gründen und dann kann man einfach so sagen Oh, hier ist ein Boot. Sollen wir echt Boote machen? Ich weiß es nicht. Da sind auf jeden Fall dann immer Dings drauf hier. Ja komm, scheißegal. Das ist so klein das Boot. Da, der sitzt schon auf der Planke. Ja. Der Peller. Komm mal so kacke hoch. Ja. Ach doch, ich hab doch hier mal noch meinen Dingsstab. Ich nicht. Oh Gott. Guten Tag. Nein. Was ist los? Ach, ich komm hier nicht rein. Wo wollte ich? Ich nehm alles mit. Oh, hier ist so dunkel. Alter, ich werd angeschlossen von dem. Der sitzt hier in seinem Boot und schießt auf mich. Alter, der schießt auf mich. Was ist los mit dir? Der sitzt in seinem Boot, hä? Der sitzt in seinem Boot und schießt mit seinem Revolver auf mich. Und ich krieg keinen Schaden. So, warte, warte. Äh, hab ich auch noch? Ne, ich hab... Wo? Ist das ein Asi? Asiatisch. So. Warte mal, ich nehm einfach mal die Fackel hier. Ich klau mir mal kurz die Fackeln, weil ich seh... Ja, mach das mal. Ich geh mal ganz kurz zu diesem komischen Totem-Ding da, oder was das auch immer darstellen soll. Da hinten hin. Hast du deins eigentlich... Ja, Schnuffelpuffel heißt der jetzt doch. Nein. Schnuffelpuffel. Der hat ein blaues Auge. Meiner? Nein! Diese Statue hier. Der hat blaue Wolle in seinem linken Auge. Okay. Warte, ich komm gleich mal vorbei. Er hat ein blaues Auge. Ja, ich warte hier. Dann reiß ich den von hinten ab. Das sieht witzig aus. Der hat ein blaues Auge. So, warte mal. Ja. Ein bisschen Müllentsorgung gemacht. Was ich auf jeden Fall nochmal gebrauchen könnte wäre ein Rucksack. Hast du keine? Nee. Ich hab meinen letzten verloren. Ich weiß jetzt wie der geht. Haben ja auch 30 Leute geschrieben... Ich hab übelst viele. Ja? Ich hab übelst viele. Ich schwöre. Ich schwöre. Ah, jetzt weiß ich was du meinst, glaube ich. Sieht aus wie Thaddeus irgendwie. Ja man, die sehen immer aus wie Thaddeus. Richtig witzig. So, pass auf. Oh, du hast voll sein Auge kaputt gemacht. Nein, ich hab gar nichts gemacht. Ich baue mich von... Nein. Der hatte nur ein Auge. Oh, ist doch nur mit einem Auge geboren. Ich baue mich gerade nach oben, weil ich wissen will, ob da irgendwie was drin ist. Und dann kommt Lava. Was ist das denn? Das ist, glaube ich, nur Wolle. Das ist einfach bloß Deko. Es sei denn, du brauchst einfach nur blaue Wolle. Ja, eine blaue Wolle brauche ich. Genau eine. Gut, dann kannst du jetzt dein Rezept endlich vervollständigen. So, hier ist eine Dimension, eine Door. Ey, da hätte ich irgendwie auch mal wieder Lust drauf. Da müssen wir uns echt mal überlegen, ob wir das die nächsten Folgen mal machen. Da müssen wir uns aber mal erkundigen. Bevor wir da wieder total fail reingehen und dann irgendwie nicht rauskommen. Genau, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Trap Door. Die uns dann wieder zurück... Oh, hier sind so viele. Es ist voll die Versuchung da. Ja. Kann ich eigentlich mit meinem Dings hier durch? Womit? Mit meinem Chocobo? Weiß ich nicht. Das wäre natürlich geil, ne? Ich will ihn irgendwie auch probieren. Ne, das wäre nicht geil, weil der verreckt er noch in irgendeinem Dings dann da. Ja, genau. Das ist das Problem. So, wollen wir weiter? Ja, weiß nicht. Du gehst vor. Ich sehe dich und ich folge dir. Du siehst mich, okay. Gut. Folge mir. Müssten wir unsere Dinger eigentlich füttern hier? Ein etwas größeres Boot. Wollen wir dieses Boot nehmen? Ich würde sagen, ja oder? Ja, können wir mal. Gut. Ich lande. Mein mal hier oben. So. Okay. Okay. Jetzt muss es natürlich irgendwie da runter kommen. Ähm. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, da jetzt. Wo bist du? Achso. Okay, gut. Attacke! Haben wir vorher schon mal gut gesprochen. Das war alles am... Oh, scheiße. Ich habe so einen Kotzeffekt auf mir drauf. Ja? Oh ja. Kenn ich. Hast du deine Rüstung eigentlich voll verzaubert? Oh Gott. Wow, ich krieg gleich einen Herzschaden. Ach, weil du mich geschlagen hast wahrscheinlich. Ich hab die aus dem ge-hitted. Oh, gut. Es geht mit denen ab. Juhu. So. Wir wieder reinhauen wie die Behinderten. Ja, so machen wir das halt. Das ist unsere Taktik. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, so viele tolle Sachen hier. Hier ist noch irgendeine versteckte Kiste. Eisenblock. Hier ist ein Rucksack, sehr gut. Ja, sauber. Und hier ist ein goldenes Schwert. Was ist denn ein Diamond-Plate-Scale-Helm? Lass ihn auf jeden Fall mal mitnehmen. Und diese Darkness-Arrow. Nicht gut aus? Oh, ich habe ein großes Herz. Echt? Mhm. Das glaube ich nicht. Du bist voll der Arsch, voll das Arschlauch. Voll der Assi. Nein, aber weißt du, diese großen Herzen, du kannst ja Herzen erweitern, ne? Jetzt grad hast du ja 10 und mit diesen großen Herzen kannst du dir bis zu 20 Herzen machen. So, okay. Das ist richtig. Guck mal, guck mal, mein Helm, man. Sieht aus wie so eine Badekappe, oder? Wieso? Ich komme gerade aus dem Schwimmbad. Tuch? Was denn du? Hä? Gib mit dir ab. Weg hier. Ah! Ich bin im Rumpf. Loll! Hier ist die geheime Kiste. Was? Ja, dann ist das die coole Kiste. Zeig mal, zeig mal die Kiste. Da, oh, sechs Diamanten. Und? Ein Block of Gold und Feieressen. Wo ist denn die Kiste? Da muss die da schlammeln. Ich hab mich in den Boden reingeportet. So ganz zufällig. Die einfach fließt weiter unten, oder wie? Ja, die ist eine Etage unten. Ja, anscheinend ist es bei den Booten immer so. Wurde ja schon vollgelöffelt in den Kommentaren. Oh, das ist eine besondere Kiste. Hier, wenn du unter das Boot drunter schwimmst, dann kannst du da jetzt rein. Ah, da, jo. Oh, ne Schallplatte! Geil. Gönn dir alles. Für meinen MC-Rekorder. So, gib her. Ah, ich hab nen Rucksack. Kann ich ja dann alles reinpacken. Okay, ich muss jetzt nur irgendwie nochmal da wieder hochkommen, weil unser Schokobus steht auf dem Dach drauf. So, ich soll immer meinen Helm wieder wechseln. So. So, zack, zack. Achtung, hinter dir steht jetzt so ne Dimension Door. Ne, doch nicht. Nein. Rat ich mich nicht. Warte, eher. Ich geh mal wieder hoch. Eiskalt veräppelt. Wie bist du denn jetzt hochgekommen? Oh, mit Stein. Das ist so ganz geil. Muss einfach los links von dir gucken. Na du, willst du auch Steiner? Da, Steiner. Ja, ich hab so Sachen. So Sachen. Mit schwarzer Wolle baue ich mich jetzt einfach hoch. Eiskalt. Eiskalt. Oh, ich hab einen Lotus. Cool. Ich hab einen Lotusblüten. Du. Warte mal. Ich nehme gleich mal die Fackeln hier mit. Weil es wieder Nacht wird. So. Ach, da oben steht noch einer. Aber hier so ein Captain ist hier nicht. Ich hab noch ganz viele Fackeln. Alter! Wo kommen die denn jetzt her? Oh, die fackeln hier wieder, ob du Fackeln hast. Nein, ich hab noch 22. Scheiße, jetzt muss man ja wieder da hoch. So. Alles klar. Was auf jeden Fall mal cool wäre, wenn Electric Essenzen. Das wäre wirklich. Ja, aber die finden wir glaube ich mehr in so dicken Burgen. Wo bist du? Ne, ne. In Booten. Da gibt es viele Essenzen. Haben mir viele geschrieben. Okay. Aber ich kenne die. Keine Ahnung. Wir können von mir aus aber auch gerne Burgen. Was los? Das ist groß. Ja, sauber. Boah, da ist auch ein Piratenkönig drin und dann kriegen wir einen dicken Dagger. Einen dicken Dagger? Mhm. Da kriegen wir einen dicken. Das klingt wie ein Cock. Das klingt wie ein Cock. Alter. Was macht dein Schokobo? Okay. Also ich hab schon mal alle auf eine Seite gelockt. Ähm. Jetzt sollten wir etwas taktischer vorgehen. Pass auf. Mhm. Pass mal auf. Ich zeig dir Taktik. Ja. Wo sind die jetzt alle? Ja, die sind unter mir glaube ich. Jo, die sind alle unter mir. Boah, das macht so gut. Das macht so gut. Das macht so gut. Oh, sind das so viele? Ja, aber wir können glaube ich trotzdem runterspringen. Komm, lass einfach. YOLO! Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Oh, es sind übelst viele. Ja, das ist... Kommst du klar? Hm... Sonst flüchte, flüchte. Wenn du nicht klarkommst. Ich helfe dir. Nicht so einfach. Ich hab aber noch einen Halsstab. Ich hab noch einen Halsstab. Ja, das ist gut. Ah, geh weg, geh weg. Ach, die ist ja noch voll. Ja, ja. Aber ich hab schon zwei Herzen verloren mit meiner Rüstung. Das gibt mir irgendwie zu denken bei meiner Rüstung. Sag mir, wenn's kritisch werden sollte. Jetzt geht's so langsam. Warte, ich erst mal wieder runter. Ja, das schaffen wir schon. Wir sind doch Zander und Schubel. Richtig. Die Hexe, Prost. Ja, aber absolut. Ach, guck mal. Hier findet man schon einige Sensen. Von den Typen schon alleine. Ja. Oh, aua, 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 aua. Oh, der hat mich verarscht. Aua. Der hat einfach so ein Ding gemacht, ey. Da kommt der Zander, der rettet einen wieder. So, jetzt muss ich mal... Ohne Scheiße, das Inventar... Ich hab das Gefühl, dass das Inventar so klein ist. Es wird immer kleiner. Ja, ist auch so. So, hier geht's runter. Unten sind wieder mal ganz viele. Oh, hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Ja, warte kurz. Warte, 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 warte. Warte. Warte, warte. Puh! Alter, was hat denn der für ein cooles Ding jetzt zum Schießen? Irgendwas voll geiles. Starpiece. Uh, uh. Lapis. Okay. Lapis de la Cruz. Bist du unten? Ich bin unten, ja. So. Okay, dann komm ich auch. Ich mach dir grad alle fennig. Alle mit meinem Arm. So. Gib her euren Scheu. Oh Gott, hier sind ganz viele. Ich bin schon ein bisschen weiter vorne im... Boah, Alter, hier sind übrigens viele. Aber warte, bis du hier... Warte, warte, bis zu dem Typen oben. Oh Gott. Ne, den da oben machen wir nicht. Das bin ich... Stell dir mal vor, du stehst vor allem so mit einer Scale-Rüstung. Da hast du echt die Arschkarte. Ja, stimmt. Dann gibt's hier wieder so ein Zombie, der hier irgendwie alles aufsaugt. Wie bei dir. Der alles aufsaugt? Oh, was denkt der gerade? Oh, Smiley. Das ist immer das Beste, ey. Du hast die sich so unterhalten. Auf der einen Seite kommt ein Bett, dann kommt irgendwie ein Schreibtisch oder so. Voll die interessanten Gespräche. So. Alle auf die Fresse gekriegt. Geil. Was haben die denn für komische Rüstung? Oh Gott, oh Gott. Oh, ich hab dich geschlagen. Ja, ich weiß, weil wir gerade ineinander waren. Oh, krass. Das ist nicht so gut im Spiel. Geh einmal hier durch und dann geh ich links. Ich brenne gerade. Oh, da kommt immer mehr. Naja, ich mach die hier gerade fertig. Oh Gott. Also hier im Gang ist noch genug zu tun. Oh. So. Einfach weiter draufhauen. So, hier unten ist wieder. Ja, hier unten ist eigentlich immer relativ viel zu tun. Oh, hier ist was los, ey. Aber die haben wir glaube ich schon alle geholt. Oh, guck mal das ganze Holz. Oh, da ist ein Boot. Das ganze Holz. Ich will das alles haben. Warum? Ja, weil das ist viel. Das krieg ich eigentlich gut gebrauchen, ja. Das brauche ich auf jeden Fall für den Hausbau. Scheiße. Das ist einfach so viel. Das ist so viel, das ist schon wieder unnormal. Oh, hier sind zwei Betten. So, und ab nach oben. Guck mal, das Bett ist nämlich mal mit. Betten essen? Ja, genau. Das Bett ist nämlich einfach mal mit. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das könnte vielleicht noch nützlich sein. Ja, also hier kriegt man echt einige Essenzen, muss ich echt sagen. Da haben deine... Ich habe drei Electric Essenzen. Geil, ich habe keine. Bitch. Das ist eine gute Nachricht. Das heißt, wir können jetzt so ein Feuer... Drei Stäbe können wir... Ja, stimmt. Die können wir sogar hier machen, weil wir haben nämlich alles mit dafür. Ey, cool. Dann lass das mal sofort eben machen. Warte, lass das sofort machen. So reine... Oh Gott, wo bist du denn? Ich bin hier oben. Hier, hier. Hast du eine Linkstable? Hast du eine Workbench? Ne, Enchantment Table. Zum Verzaubern hast du wahrscheinlich nicht. Ne, habe ich nicht. Scheiße. Okay. Wenn du mir die Steps gibst... Ja, ich habe leider keine Steps. Ja, warte. Dann muss ich... Nein, wir müssen mit dem Holz farben. Ne, warte mal. Ich glaube, ich habe noch Holz. Oder habe ich noch Holz? Ich weiß gar nicht. Ne, habe ich nicht. Müssen wir mit dem Holz sammeln. Haben wir ja genug hier. Ich habe nur Sachen, die aus Holz farben machen. Irgendwo Kisten, wo ich mal was reinpacken kann. Hier habe ich so viel Scheiße im Moment. Das reicht doch schon. Ich habe schon... Hast du? Ich habe schon alles, ja. Dann knall mir die vor die Füße und dann... So. Zack. 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 Da. Und so. Und jetzt habe ich vier Steps. Was machen? Was mache ich? Was mache ich? Da. Achso. Ne, Quatsch. Ich brauche noch die Magic. Ah, ich brauche noch die Magic Essenzen. Ja, genau. Genau. Die habe ich auch noch. Habe ich auch noch genug. Genau. Jetzt musst du das einfach nur so zusammenstecken und dann ist alles cool. So macht man das. Richtig. Und... Man, das reicht schon. Okay. Ja, wer musst du gar nicht machen? Das ist total easy. Easy peasy. Bringt das eigentlich wirklich was zu verzauern? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie dann... Ja doch, die halten dann etwas länger, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. So, ich gebe dir mal einen. Mhm. Und behalten tue ich zwei. Jo. Weil du so dreist bist. Richtig. Weil ich ein richtiges Arschloch bin. So, danke. Ich bräuchte mal noch eine Kiste kurz, um mal den ganzen Scheiß hier irgendwo abzulegen. Ja, das ist nach oben schon genügend. Ja. Ansonsten machen wir jetzt oben erstmal den Typen fertig und dann gönnen wir uns den Dolch von dem. Den Dolch. Entweder ist das dieser Ender oder das ist dieser Ninja Decker. Warte mal, ich schmeiß bloß kurz was raus, warte. Da ist er. Ich hab ihn schon. Aber die sind nicht jetzt... Der fängt schon wieder an ohne mich, der Arsch. Jetzt tut mir leid. Ich bin hier hochgelaufen, da kann er schon rausgelaufen. Ich hab einen Enchant. Power 5. Cool. Oh Gott. Huch. Lol. Lol. Das ist ein Ninja Decker. Echt? Lass uns das. Der ist übelst geil mit dem kannst du dich durch die Wand potten. Oder du kannst die Klone mit dem erstellen. Klone? Ja, der ist übelst geil. Und der ist unsichtbar zum Teil. Ja, der macht sich unsichtbar. Das ist richtig geil. Das kannst du dann, wenn der den Dolch droppt, dann kannst du das auch machen. Echt? Oh Gott. Ja, den kannst du sogar haben, wenn der droppt. Weil wir machen ja denk ich mal noch ein Schiff. Ja. Insofern wir noch so ein geiles Schiff finden. Oh Gott, jetzt seh ich alles nur noch schwarz. Ich seh alles nur noch schwarz. Ich hab voll. Alter, du bist fast. Komm mal her. Ja, ich muss mal was essen. Ich kann ja nichts essen hier. Lass mich doch mal in Ruhe. So, schnell essen. Ich feilte jetzt ein bisschen mit dem. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wo ist der wegen Latte Cap? Oh, der würde mich gar nicht angreifen. Aber ich dich. Der ist überall. Das ist voll der Typ. Der ist richtig ranzig. So, der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Wer ist denn der Boss hier? Wer ist denn der Boss? Wer ist der Boss? Wo ist der Boss? Der Boss? Ja, wo ist er hin? Der kann doch jetzt nicht einfach weg sein. Jetzt kommt gleich, was weiß ich, so ein übelstes Mega-Vieh aus dem Boot von unten so nach oben. Ja, so ein Godzilla oder so. Oder hast du den Dolch schon in deinem Inventar drin? Was für ein kleiner Dolch ist das? Ja, ich weiß wie der aussieht. Hast du den? Ich hab einen Crystal Bow. Nö, ich hab den nicht. Geil, ich hab drei Hexical Essenzen. Uh, 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 uh. Echt auch nochmal gefunden. Mhm. Hier in der Truhe. Klar, dann hab ich einen Revolver. Also wir können das ja gleich mal aufteilen. Sechs Diamanten. Ach, da drin. Und hier ist noch eine Hookshot. Kannst du auch noch mitnehmen. Nimm mal die ganzen Hookshots mit. Warte, warte, hier. Eye of Ender, blub, blub. Also auf die Diamanten teile ich jetzt mal einfach auf in der Mitte. Das teile ich auf. Den Crystal Bow kannst du haben. Den Revolver gönne ich mir. Und den Poison Stealth kannst du haben. Die Diamanten habe ich doch schon aufgeteilt. Ja, ich hatte aber auch noch welche. Ist ja scheißegal. Nimm die einfach. Ja, ich hab sie doch schon. Ich hab auch. So warte. Und die Hexical Essenzen kann ich nochmal aufzahlen. Hier kriegst du zwei. So. Poison Stealth. Was ist ein Poison Stealth? Was macht der? Ähm, ja, der vergiftet einen. Ach so. Sammelst du noch die Hexical Essenzen auf? Ach, der Dark Stealth, der schweigt einem bloß Schaden zu. Was? Äh, der Dark Stealth, das ist auch irgendwie so, keine Ahnung, dunkle Magie oder whatever. Dunkle Magie. So, ach da ist noch ein Schiff, aber das ist nicht so groß. Ne. Ja genau, jetzt können wir aber zu unseren Viechern nicht kommen. Das ist das Geile. Ah! Erstmal ein bisschen was verschwenden. Zack. Okay. Na gut. Aber wie viele Minuten sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind jetzt bei, äh ich muss kurz rückrechnen, minus zwei Minuten, 17 Minuten. Okay. Wollen wir das Schiff hier noch mitnehmen? Wollen wir es mit nach Hause nehmen? Ja, können wir machen. Scheiß noch, einfach mitnehmen. Genau, dann ist das jetzt das letzte Schiff für diese Folge. Richtig. Und der Beute-Zug geht auf jeden Fall bald weiter. Genau. Ich kick die einfach nur von dem Boot runter. Ey, der Heid, ey, Alter, ich will den Heerstep von dem Typen. Hat er den droppen? Hei, natürlich nicht. Die droppen den voll selten den Stab. So geile Stäbe oder so droppen die voll selten. So. Wer hat denn einen Fisch in der Hand? Wieso droppen die eigentlich immer alle Melonen? Was haben die nur mit Melonen, diese Typen? Weiß ich auch nicht. Aber Melonen gibt es einfach in diesem, in Hexit gibt es Melonen übelst oft. Ja. So, hier unten ist eine Scroll of Escape drin. Das ist sehr gut. Ganz unten? Mhm. Die habe ich mir jetzt mal gegönnt und dann kannst du den ganzen Rest gönnen. Aber nicht ganz unten. Fuck. Wir haben aber noch die geheime Kiste. Stimmt. Die gibt es ja auch noch. Ja, warte. Dann gönnt nicht mehr noch die Bögen und die Torches. Und das Essen. Oh Gott. Huch. Guten Tag. Ich möchte ihn ja noch kaufen. Hast du? Achso. Ne, warte. Ich muss ihn mal hier weg machen. Ich habe blöderweise keine Axt, oder? Ne. Du bist eine Schaufel. Kann ich jetzt Holz wegschaufeln. Leute, ist die immer unter dem hier, glaube ich. Sechs. Oh, ich habe mein Electric Staff. Ja, geil. Noch eine Hookshot. Alter, wie viele Hookshots habe ich denn? Aber wo? Ich kann mich doch mit einer Hookshot jetzt eigentlich hier hoch... Nimm dir doch die goldene Feder mit, du Pflaume. Oh, ich habe... Da hast du goldene Feder drin. Achso. Oh, ja stimmt. Ich dachte, das ist so eine Kackfeder wie sonst. Ja, ja. Das habe ich nämlich auch ganz oft gedacht, aber das war eine goldene. Oh, okay. Die eine Feder geht nach so, die andere geht nach so. Dann hast du, äh, jetzt, ähm, kriegst du ja einen falscher. Richtig. Dann packe ich mir die, packe ich mir die fest hin. Hier oben in der Ecke. Hm, ich habe noch zwei Hexical Essenzen, ey, voll geil. Ja, geil. Ja, geil, dann kannst du mir ja sofort mal eine abgeben. Okay. Kleiner Gliebus. War es auch artig. Ja, ich glaube schon. Gut, bitteschön, hier, Alter. Danke. So, kann ich mir jetzt zu meinen Vögeln hier hoch? Äh, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt da hoch. Nein, ich will mich hochschotten. Nein. Ich bin energiesparend und hochschotte mich jetzt hier hoch. Ich gehe einfach nur hoch. Was machst du denn, du? Ich versuche jetzt hier hochzukommen. Guck mal, so macht man das. Alles klar. So, ich bin auf meinem Ding drauf hier. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir sind genau am Ende der Folge angekommen. Nächste... Scheiß drauf. Ne, jetzt dauert mir zu lange. Ja, nächste Folge dann wieder weiter auf Entdeckungstour. Guck mal, das ist schon das nächste große Boot, Alter. Ja, geil. Also, es sieht aus, als wird es wieder ziemlich geil. Wir sammeln uns unser Equip weiter zusammen. Genau. Und ich brauche auf jeden Fall Rucksäcke, weil ich bin so voll gestoppt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Das kenne ich. Genau. Und ja, also Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, würde ich sagen, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.